Willkommen zu meinem Review Video über die MIDEA MFTN DR Freier XL Heißluft Fritteuse. In diesem Video werde ich Ihnen alles über dieses Produkt erzählen und warum es eine großartige Ergänzung für Ihre Küche sein könnte. Aber bevor wir beginnen, vergessen Sie nicht, den Link in der Videobeschreibung zu überprüfen, um das Produkt auf Amazon zu kaufen und mich zu unterstützen. Lassen Sie uns zuerst über die Hauptmerkmale dieser Heißluft Fritteuse sprechen. Mit der Dual Cyclone Technology erzeugt die MIDEA Air Freier XL einen heißen Luftstrom, der Ihre Lebensmittel schneller und gleichmäßiger gart. Das bedeutet, dass Sie knusprige Pommes frites und andere leckere Gerichte mit bis zu Prozent weniger Fett genießen können. Und das Beste daran ist, dass Sie bis zu Prozent Energiekosten im Vergleich zu herkömmlichen Öfen sparen können. Die MIDEA Air Freier XL bietet Ihnen auch präzise Temperaturkontrolle von bis zu und einen Timer von bis zu Minuten. Das bedeutet, dass Sie verschiedene Gourmet-Köstlichkeiten perfekt zubereiten können. Ob Sie kochen, grillen, Luft frittieren, anbraten oder aufwärmen möchten, diese Heißluft Fritteuse hat alles, was Sie brauchen. Mit einem großzügigen Fassungsvermögen von Litern können Sie Mahlzeiten für Personen zubereiten. Aber lassen Sie uns nicht nur über die Funktionen sprechen, sondern hören wir uns an, was zufriedene Nutzer über die MIDEA Air Freier XL zu sagen haben. Annette Glavan sagt, meine Begeisterung für das Produkt ist erfüllt. Das äußerliche Design entspricht meinem Geschmack und ist leicht zu reinigen, ebenso wie das Innere mit dem Garkorb. Und Johann Rapp sagt, super Preis. Natürlich hat jedes Produkt seine Stärken und Schwächen. Einige Benutzer haben erwähnt, dass das mitgelieferte Rezeptheft fehlt. Aber keine Sorge, das Internet ist voll von Anregungen und Sie können Ihr eigenes Kochbuch erstellen, um das Beste aus diesem Gerät herauszuholen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die MIDEA MFT NDR Freier XL Heißluft Fritteuse eine großartige Investition für Ihre Küche ist. Mit ihrer Dual Cyclone Technology, der präzisen Temperaturkontrolle und den vielfältigen Funktionen können Sie gesunde und köstliche Mahlzeiten zubereiten, ohne dabei auf den Geschmack zu verzichten. Und mit den positiven Bewertungen von zufriedenen Nutzern können Sie sicher sein, dass Sie ein qualitativ hochwertiges Produkt erhalten. Also zögern Sie nicht länger und klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung, um die MIDEA MFT NDR Freier XL Heißluft Fritteuse auf Amazon zu kaufen. Sie werden nicht enttäuscht sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.